Jetzt sind wir in Sturmwind angekommen. Gehe ich doch mal aufs Reittier und interviewe den guten Mann da drüben. Wie es denn jetzt weitergeht? Oh, ist das schön leer. Halleluja, das war ja schrecklich. Okay, achso, oder vielleicht, falls er spät auftaucht. Oh, Hilfe. Nein, nicht die da, der hier. Okay, fünf Zeichen der Liebe für mich. Gefährliche Liebschaft. Ach, das war's schon. Ich dachte, das ist eine Questreihe oder so. Hat der noch was für mich, oder war's das dann für heute? Gut, zeig hier. Ja, mir gefällt diese Chemie-Manufaktur auch nicht. So, was brauche ich denn noch an Alice? Hier, ich brauche noch einen menschlichen Todesritter und einen nachtelfischen Priester. Die treffe ich wahrscheinlich eher in einer Instanz als hier so auf der Straße. Nachtelfpriester. Ah, ich hab' mir schon überlegt, wenn ich nach Danassos muss, kann ich ja eigentlich im Staatgebiet irgendwelchen Priestern auflauern. Ha, ha, ha. Wo wollte ich denn jetzt hin? Ach ja, zum Schloss. Ich möchte ja dem König das Freundschaftsarmbändchen schenken. Mal gucken, wie er drauf ist. Und außerdem wollte ich mir seine Frau noch mal anschauen, weil ich die so gar nicht mehr auf dem Schirm habe. Ja, da oben, die kriege ich wahrscheinlich nicht von hier aus. Oh, das ist aber schön geschmückt hier. Da ist er doch der Gute, aber nur als Statue. Ich brauche aber jetzt den Mann aus Fleisch und Blut, damit ich ihm das Bändchen geben kann. Da ist auch schon das Fragezeichen. So. Da ist gar keine Frau mehr. Ich dachte, früher war da eine. Ist die Kartoffel schälen oder was? Super. Ah, das hier ist meines Erachtens der Boss der Worgen, kann das sein? So. Ah, Zwergjäger habe ich schon. Oh, jetzt nehme ich dem was ab hier. Goldig. Nein, ich will nicht ins Goldkammgebiet. Fehl-Info. Das war es jetzt schon hier. Habe ich das als Erfolg gekriegt? Hm. Was ist das denn? Hm. Da war doch irgendwas mit diesen täglichen Erfolgen. Okay. Keine Ahnung. Dann bin ich wohl verguckt. Oder ich kann einfach nicht mehr lesen. Nee. Ja. Gut. Aha. Jetzt müsste ich mal nachschauen, ob ich das in Eisenschmiede genauso machen kann. Nach Eisenschmiede können wir jetzt mit der Bahn tuckern oder ich kann hinfliegen. Gehe ich doch mal aufs Reittier. Ja. Wir können ja mal wieder die Bahn nehmen. Dann muss ich nicht hier quer durch die Stadt. Huch. Huch. Wie geht es denn da lang? Hehehe. Hier sieht doch gut aus. In den Zwergendistrikt. Rechts abbiegen und rein in die Bahn. Oh. 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 Natürlich ohne Reittier. Obwohl da drin kann ich es wieder benutzen. Auch lustig. Ne doch nicht. Das war nur in dem mini schmalen Tunnel da. So, jetzt schauen wir mal, wo die Bahn kommt. Rechts oder links? Ich kann mich ja mal da hinsetzen. So, dann drehe ich die Kamera, dass ich auch alles verfolgen kann. Was verkauft der denn? Komm, ich bin mal neugierig und gehe gucken. Da kommt auch schon die Bahn. Schneller! Komm, 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 komm. Zeig ihr. Ah, Untergrundraten, Kebber oder Schaschli. Brauche ich jetzt nicht. Oh, da will auch jemand drüber. Eine Schurk hin. Okay. Jetzt fahren wir mit dem Bimmelbähnchen von Sturmwind nach Eisenschmiede. Diese Bahn ist ja auf Rates auch sehr beliebt, ne? Dann quetschen sie sich alle hier in die Bahn, um dahin zu gelangen. Ist halt der kürzeste Weg. Gerade für Hördler. Kann man rausschauen? Oh, ich kann gar nicht rausschauen. Hier sind gerade keine Fenster. Irgendwo gab es doch Fenster. Oh, heißes Bild. Die Tiefenbahn. Sehr aussagekräftig. Oh, muss schon da? Okay. Hm, falsch rum. Da lang. Da kommt kleine Schlange. So, jetzt müsste ich mir irgendwo ein paar Fünnen besorgen. Da ist mein Streitier. Und mal schauen, wo ich hin muss. Gehe ich jetzt mal da hoch. Am besten zur Kneipe. Und dann gucke ich, ob die gute Frau Apfel verkauft. Oder der gute Herr. Moment. Ist schon an der Kneipe vorbeigelaufen? Ja. Ein kleines Loch. Nee, gar nicht. Ich bin verwirrt. Ach nee, die ist ja auf der anderen Seite. Da ist ja erst der Eingang. Noch ein Stückchen. Da kommt er jetzt. Da, wo der auf seinen Phönix rumflattert. Da muss ich rein. Runter. Quatsch. Hier sind die Reagenzien. Da. Ei, ei, ei. Ich brauche echt bald mal ein Navi, sonst wird der Phönix mehr. Okay. Was geht euch durch den Kopf? Hm. Wer hat ja das Mögliche hier? Wird mir noch was zu trinken? Man weiß es nicht. So, noch einen Bourbon. Hm. Was ist denn die Blardame? Auch nur Getränke? Hm. Und wo habe ich gelesen, Parfüm gäbs in der Kneipe. Also, der Gastwirt hier hat definitiv keins. Hm. Jetzt müsste ich mich mal schlau machen, wo ich Parfüm herkriege. Ja, da hat der hunge Reagenzchen. Der hat auch kein Parfüm. Hm. Oh. Schöne Karte aus Sturmwund. Hm. Eine Wache kann ich bestimmt auch nicht nach Parfüm fragen. Eigentlich müsste es der Friseur haben, aber soweit sind die ja nicht. Hm. Da ist ja auch ein Cupido. Da. Zeig hier. Aha. Hier dem Chef soll ich auch so ein Ding schenken. Die wird das gleiche verkaufen wie der andere da? Ja. Und gleich nehmen von denen hier ein Parfüm. Das müsste auch gehen. Oh, süß. Kann ich mir das schon kaufen? Ja. Das Kleidchen brauche ich noch ein bisschen. Hm. Mal finden wir Vana. Hm. Okay. Dann kaufe ich das mal. Wenn es das nicht ist, habe ich Pech gehabt. Und eine Tüte mit Zuckerherzen hole ich mir auch noch. So. Aber nicht zu verschwenderisch damit unbedingt. Okay. Jetzt gucke ich mal, was da drin ist. Oh. Ein Zuckerherz. Jetzt muss ich aufessen. Und jetzt? Hm. Nochmal Zuckerherz. Ich dachte, da steht dann irgendwas. Sie hat immer das gleiche Zuckerherz. Ist ja doof. Zeig mal her. Wo ist denn das mit dem Süßkram? Hier. Ne. Das ist das andere Zeug. Hier. Ah. Also doch. Dann holen wir die nochmal alle raus. Und essen die alle. Zack. Da unten ist der Spruch. Süß. Und was habe ich jetzt? Du bist einzigartig. Fehlt mir noch. Mann. Dann esse ich die auch noch. Ich kriege dann Bauchweh. Hm. Gut. War wohl nix. Satz mit X. Mhm. Da ist der Bronze Bart. Und der möchte jetzt auch so ein Wändchen haben. Dann muss ich jetzt da und da rum. Durch diesen Gang. Und dann vorne drehen. Was ist das hier für eine Quest? Wie ist der Feuerstein? Hm. Nee. Die haben wir gar nicht. In der Mitte muss der doch sein. Da. Geht's rein. Was ist das? Ein Gebirgsjäger. Da ist die Moira, die ich eben in der Instanz gesehen habe. Und. Jetzt kriegt ihr auch noch so ein Ding. Wunderbar. Ich hoffe, er freut sich. Kann ich doch mit dem Quatschen? Nee. Nicht nötig. Ein Freundschaftsbändchen sagt mehr als tausend Worte. So. Jetzt muss ich mal gucken, ob das mit dem Parfüm klappt. Und zwar soll sich dieser Typ, den ich da knutschen soll, hier irgendwo rumtreiben. Das ist nämlich der Kuchenverkäufer. Ein Eisenschmiede. Hm. Darf der mich manchmal auch ganz woanders rum? Wer weiß das schon? Das war ein MPC. Nee. Gar nicht. Das war ein PC. Mit Füssen und Plächer. Ja. Da ist er. Okay. Wie geht das nochmal? Wo ist das Ding denn? Kuckuck. Da. Komplett volllaufen. Parfüm drauf. Rosenblüter auf den. Und dann auch knutschen. Ei, ei, ei. Ei, der ist abgehauen. Da läuft der. Da. Ist da noch einer? Ach nee, das ist eine Wache. So. Okay. Okay. Wo ist Küssen? Da. Aber wenn ich dann dicht bin, sehe ich den nicht mehr. Das ist ja auch blöd. Okay. Also. Volllaufen lassen. Blätter drauf küssen. Richtig? Hier. Volllaufen. Parfüm drauf. Rosenblätter und küssen. Meine Güte. Okay. Erst volllaufen lassen. Das ist, glaube ich, noch am einfachsten. So. Eins. Zwei. Drei. Vier. Uh. Fünf. Ich sehe nichts mehr. Aber auch gut. Wenn ich jetzt noch nicht voll bin, dann weiß ich nicht. Das ist mein Parfüm. Nein, Güte. Da. Das muss ich jetzt noch nicht voll sein. Das muss ich ja selber auftragen. Zack. Gut. Da muss ich noch den Typen suchen. Da läuft was Kleines. Na komm her. So. Jetzt muss ich da Rosenblätter drauf tun. Und den auch noch knutschen. Na komm. Nee. Juhu. Hahaha. Was ist passiert? Jetzt hoffe ich, dass ich bald wieder nüchtern werde. Sonst sehe ich hier nämlich nix. Hahaha. Gut. Das ist das bestimmt noch. Kochquastik. Eieiei. Da wird der mir ja ganz schmurig. Zack. Zack. Jetzt habe ich nur den Baff weggemacht, aber schwindel ich es mir trotzdem noch. Hm. Okay. Jetzt ist ein guter Rat teuer. Was machen wir denn jetzt hier schönes? Hm. Hm. Ich müsste ja eigentlich noch da oben Bändchen abgeben. Hm. Mache ich das denn jetzt am besten? Hm. Vielleicht doch erstmal wieder Rohrstein. Ups. Und dann kann ich ja ein bisschen im Krater questen und mir da diese Teilchen verdienen. die hübschen Glücksbringer. Na. Prost. Was das denn? Ich brauche Taurenruide. Das ist schön. Wenn man auch so benebelt ist, dann sieht man diese Bällchen besser. Trollmagier. Was brauche ich denn jetzt? Troll. Hier. Trollschurkebranche. Oh. Todesritter. Todesritter. Taurenruide. Na. Schauen wir mal nach, wo ich hinfliegen kann. So. So. Und zwar. Tja. Jetzt fliege ich doch direkt dahin. Da muss ich nicht hinlaufen, ne? So. Jetzt fliege ich da rüber. Ich habe hier soweit alle Quests fertig. Sonst ist das nächste Land dran. Ah. So wischifaschi ist es aber nicht so schön. Dann guckst du lieber nochmal auf die Map. Also der Krater ist von 50 bis 55. Und Winterquell ist auch von 50 bis 55. Okay. Und da unten ist noch ein Archäologiegebiet. Wie sieht es denn aus? Da. Dann kann ich jetzt ein Artefakt machen. Okay. Nicht während ich reite oder fliege. Schade. Mann. Das wäre doch jetzt ideal gewesen. So zwei Artefakte basteln. Habe ich überhaupt Extrasteine bekommen? Habe ich noch nicht nachgeschaut. Dann kann man nämlich so Extrasteine bekommen. Aber so wie es aussieht, kriege ich die eh noch nicht. Weil ich noch so low bin. Das könnte der richtige Flugpunkt sein. Ich hoffe es mal. Ja. Das sieht gut aus. Dann melde ich mich da. Und dann gucke ich, was hier meine nächsten Aufgaben sind. Hey, da sind ja schon mal ein paar Fragezeichen, beziehungsweise Ausrufezeichen und ein Fragezeichen. Das sieht doch schon mal gut aus. Ich schleppe mich mal zu dem Thorium hier oben, wenn es denn eins ist. Es ist ja alles noch so wischiwaschi. Was ist das denn für eine Eintaubung, Druide? Bleib hier. Ich brauche dich. Schwups. Da. Mann. Wieso habe ich den jetzt nicht mehr? Hat es jetzt doch? Es hat gezählt. So. Dann mache ich mir jetzt Feuerchen. Ess was, wenn ich noch was da habe. Langsam wird das Essen knapp, Mensch. Da. Ausdauer und Zähne erhöht schon direkt. Sehr schön. Das geht ja flott. Gut. Dann schlafe ich jetzt hier meinen Rausch aus, bis ich wieder ganz richtig gucken kann. Und dann geht's weiter. Und dann geht's weiter.